Ok Leute, zurück vom Pissen. Und ich glaub... ...wofür diese... Unten diese Plattform da ist. Das ist... ...und sich nur drumherum... Ah, gut. Also ich glaub von dieser Plattform schade ich das drüber. Ja! Lade mir das Pissen doch geholfen. Ähhhhh... Upp. Scheiße. Ey, wenn das wieder so scheiß Warp-Ding ist, wo man in die richtige Warp reingehen muss, dann... ...bums ich deinen Arsch. Mario, du kleines dummes Schwein. Mario! O-Oh! Ok Leute, ich bin wie ne Grosso. Ach, Seine! Ups, hehehe, wie geil. Also, ähm... ...bis jetzt seh ich noch nicht viel vom Level und diesen Terror. Ok, doch. Ey, wann ist denn das... Ey, was soll denn das schaffen? ja du bist so geil Mario Güter 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 Mario ey dieses Mario Spiel ey ich glaube es sollte verbannt werden vielleicht macht es Spaß aber mir nicht ok ich probiere es jetzt mal so wie am Ende letztes Mal ja und das klappt sogar hier kommt wahrscheinlich keiner raus ey bin ich ja ich hab ey woher soll ich wissen wo die richtige Warp ist das ist mein letztes Leben ja und ich will diesen ok leute ähm ich werde das rausfinden wo ich überhaupt die richtige ist ich glaube es war diese Ene die so komisch äh wo so eine komische Pflanze rauskam sieht verdächtig aus ich könnte hier alles zerkloppen Mario du bist so behindert richtig scheiße Alter friss die scheiße die du geschissen hast ey äh mhm seht euch mal den braunen Bord an das ist meine scheiße in der Presse diese seht ihr Mario hat scheiße in der Presse aha das hab ich dir gezeigt der Mario ich kann nichts dafür und nur keine scheiße wenn du scheiße in der Presse hast boah du bist echt scheiße das letzte du bist echt das letzte echt hier hier wo 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 ja er springt durch wo 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 du bist behindert behindert m man ey ey wisst ihr wie das eben auf den Sack geht weh da kommt zu wo 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 ja du bist also sozial wir wissen es Mario hast du keine hobbys Mario man kann es nicht mal zurückgehen oder was ich habe hobbys aber du anscheinend nicht wie behinder dieser sprung ist aber ich habe mich entschieden mal dieses level ohne save team zu schaffen mir in klein durch dämmes schwein auf da das vor allem springe bord da er ist laut jetzt ist dritten zu so zum auf wo es ist das nicht dass wir das so indem sie spielen nicht gefallen Ey, hast du meinen Input nicht bemerkt? Man, ich hab links gedrückt. Weißt du, was links ist? Ja, da geht man nach links. Wow, er hat's geschafft. Wow, das war knapp. Spring! Spring! Nooo, ne, ich hab's doch gut gesprungen. Oh, du Wichser. Du asozialer Wichser. Ich geh nach Hause. Alter, geh nach Hause und wasch deine Mutti, ey. Wachstie. Oder wasch deine Prinzessin, die du retten musst. Aber ich glaub, das hat Bowser schon für dich getan. Ey, Alter. Mario will sich bestimmt wieder beibringen, das ist nicht ein Schleim. Weil, ihr seht, wir brauchten schon einen Klempner, ey. Und dann noch ein Asozial dazu. Ey, in diesem Spiel bist du eine absolute Niete, ey. Eine absolute Niete, Mario. Und ich mein, wirklich, also ich drück springen und diese fette Stück Scheiße bleibt stehen wie ein Hurensohn, ey. Ey. Das Level mache ich noch, ey. Ja, du bist so und so groß wie diese Scheißwelt. Passt hier nicht in diese Welt, nein. Wieso gräst du weiter, ey? Seht ihr mal, was das für eine faule Stück Scheiße ist. Der tut einfach nicht, was er muss. Ich sag, ich mach das, der macht das. Ich sag, geh nach rechts, der geht doch nach links. Oder andersrum, hier in diesem Level. Nee, jetzt springen. Alter, du behinderte. Ey, dieser Sprung regt mich so auf, Leute. Ich save state danach, ey. Es ist nur ein Sprung, den ich dort in der save state. Das ist doch nicht so wild, oder? Ich will jetzt hier nicht die ganzen 20 Parts für dieses Level verwenden. Weil so ein Hurensohn der Mario heißt ähm, so ganz klargestellt nicht springt, woher er hin soll. Okay, Leute. Okay, okay, okay. Naja, jetzt kommt erstmal dieser. Kein Fireballer. Aber jetzt, das ist ja wieder mal logisch wie ein Hurensock. Sack. Hab ich mal wieder ein neues Wurder gefunden? Jetzt Mario. Aber er bleibt und ist asozial, ey. Alter, du bist so asozial. Du bist so Nazi. Jetzt bleibt doch mal dort stehen, wo du sollst, ey. Und ich... Alter, mach keine scheiße, Mario, ey. Wenn ich dich schon wieder sehe. Du behindert rumspringst. Wie du behindert nicht rumspringst, ey. Eben wenn du... Seid ihr witzig. Mann! Was ist das, ey? Ich fange gar nicht an zu heulen. Okay, Leute, 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 Leute. Bitte ein Safe-Tit. Ein Safe-Tit. Okay, das ist der zweite schon, aber egal. Okay, das sieht sehr verdächtig aus. Oh, hier geht's sogar ein. Habt ihr schon mal durchsichtiges Wasser gesehen? Also ich glaube, Feuer unter Wasser, ja. Feuer unter durchsichtigem Wasser, ja. Das ist jetzt genauso wie gar nicht verbessert in Super Mario Bros. 1. Ja, toll, sowieso ist es nicht lang. So soll ich wieder so eine Scheiß-Kack-Stelle runtergehen. So ist... So eine Hohenschweiße, die kann ich erst recht nicht. Wer macht denn so eine Scheiße, ey? Alter, der muss mal kräftig in das Ghetto-Gefängnis. Lebenszeit, ey. Freiheitsstrafe, ey. Wow. Mario, du bist so behindert, ey. Aber ich glaube, das hast du schon gewusst.